Für die Rangliste des deutschen Fußballs bewertet die Kicker-Redaktion auch deutsche Spieler, die außerhalb der Bundesliga aktiv sind. Einziger Kandidat nach der Rückrunde für die Kategorie Weltklasse ist Toni Kroos. Nach einer starken EM als unumstrittener Taktgeber und Lenker im deutschen Mittelfeld sowie dem Champions-League-Titel mit Real Madrid wurden seine Leistungen von der Kicker-Redaktion als Weltklasse eingestuft. Kroos agiert wenig spektakulär und steht oft im Schatten der Offensivstars. Doch sein enormer Wert wird vor allem dann deutlich, wenn er seinen Mannschaften fehlt. Er ist ein Spieler, bei dem man zweimal hinschauen muss. Er neigt dazu, nicht mehr zu machen, als unbedingt nötig ist. Aber er ist genau damit unheimlich wichtig für die Mannschaft. Er sorgt für eine Balance, er sorgt für den Rhythmus im Spiel. Das hat man dann auch gegen Italien gemerkt, als er zugestellt war, wie viel das doch die deutsche Offensive gekostet hat an Effektivität, wenn ein Toni Kroos aus dem Spiel genommen wird. Und zusammen mit der Leistung bei Real Madrid, die natürlich auch zum letzten Halbjahr zählt, er ist Champions-League-Sieger geworden. Und mit dieser Euro, wo er ein unheimlich wichtiger Mannschaftsspieler war, wenn auch nicht übermäßig auffällig, nicht spektakulär, ist er für uns Weltklasse.